Moin Moin ihr Lieben, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Es ist geschafft. Ich möchte mich von ganzem Herzen bei euch für ein fantastisches und lehrreiches Jahr bedanken. Leider habe ich in den vergangenen Monaten so ein paar Veränderungen im zwischenmännlichen Bereich festgestellt. Die Kommunikation leidet scheinbar etwas. Das hat mich doch so ein bisschen nachdenklich gestimmt. Es scheint, als ob Misstrauen und Konflikte häufiger sind als ehrliche, offene Kommunikation. Viele von uns zögern, ihre Gedanken und Meinungen zu äußern aus Angst vor Misstrauen und Ablehnung. Dabei wird die Anonymität des Internets oft missbraucht, um andere zu kritisieren und zu verurteilen. Das finde ich bedenklich. Aber diese Entwicklungen haben nicht nur Auswirkungen auf unsere zwischenmännlichen Beziehungen, sondern auch auf die Beziehungen zu unseren geliebten Vierbeinern. Das Hundetraining gleitet genauso darunter, dass verschiedene Methoden im Widerspruch, im Widerstreit zueinander stehen. Ich weiß überhaupt gar nicht warum. Jeder hat seine Berechtigung, jeder hat seine verschiedenen Herangehensweisen. Warum muss man da gegeneinander kämpfen? So ein Blödsinn. Hunde werden vermenschlicht und oft unter falschen Voraussetzungen angeschafft. Vielleicht auch, um andere Sachen zu kompensieren. Da bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Ich habe mich selbst aber auch schon dabei erwischt, dass ich darüber nachgedacht habe, wie ich mit anderen kommuniziere und wie meine Worte aufgenommen werden von anderen, von meinen Kunden, von meinen Einzeltrainings oder auch online. Es ist traurig zu sehen, dass der Umgang miteinander oft schwieriger ist als der Umgang mit unseren Hunden. Das kann doch eigentlich nicht sein. Aber vielleicht ist es deswegen so, weil die Hunde einfach auch oftmals viel mehr Freiheiten haben. Teilweise sogar mehr Freiheiten als unsere eigenen Kinder. Vielleicht wird unsere Konflikte, die wir sonst haben im zwischenmännlichen Bereich, bei unseren Hunden kompensiert und die dürfen dadurch mehr. Ich weiß es nicht. Das ist nur eine Vermutung. Könnt ihr ja mal reinschreiben, wie das bei euch ist, wie ihr das seht. Aber anstatt nur über Probleme zu reden, möchte ich auch mal einen Ausblick in die Zukunft wagen. Also ich habe vor, Online-Kurse anzubieten. Die sind wir gerade am Bauen. Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Bin werde versuchen, aber irgendwie was ein bisschen anderes zu machen, als die ganzen anderen, die es schon gibt. Deswegen dauert das noch einen kleinen Moment. Ich glaube auch nicht, dass wir alle Kurse dieses Jahr fertig bekommen. Aber für die Zukunft ist das ein Ausblick. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was für euch so interessant wäre. Ich meine, Leidenführigkeit, Rückruf, das macht so jeder. Wird aber wahrscheinlich auch in gewisser Form kommen. Halt meine Herangehensweise. Ich bin nicht so dieser Methodenreiter. Ich versuche da jedes irgendwo ein bisschen einzubauen. Aber Körpersprache und Kommunikation ist bei mir halt groß geschrieben. Genauso habe ich es vor, Wissensvideos zu erstellen. Halt kleine Einheiten, die nicht so bekannt sind. Zum Beispiel das, was ich gerade hatte. Warum schnüffeln Hunde so viel im Schnee? So in diese Richtung. Und dann möchte ich kurze, knackige Einheiten anbieten über Körpersprache und Kommunikation. Die werde ich teilen, auch als Shorts. So, dass man wirklich mal einen Abschnitt, kleine Abschnitte rausnimmt. Nicht, dass man so ein großes Paket hat. Ich glaube, das ist eine vernünftige Art, mal zu trainieren, dass auch jeder von euch mal die Möglichkeit hat, was nachzumachen, was zu üben, ohne da gleich einen großen Fehler zu machen. Mein Ziel ist es dabei, Vertrauen aufzubauen, Respekt und Rücksichtnahme zu fördern und gemeinschaftlich an einer konstruktiven Konfliktlösung zu arbeiten. Ich glaube, so ist der Herangehensweg der beste. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass der Umgang miteinander wieder respektvoller und harmonischer wird. Ich freue mich darauf, mit euch diese Reise anzutreten. Nochmals ein herzliches Dankeschön für ein großartiges, lehrreiches Jahr und eine vielversprechende gemeinsame Zukunft mit euch. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich hoffe, ihr abonniert unseren Kanal und nehmt ein bisschen was mit für die Zukunft, damit unser Miteinander wieder ein bisschen besser wird. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und ein tolles 2024. Wir sehen uns nächstes Jahr. Wir sehen uns nächstes Jahr.